Und welche Art von Geschäften führen Sie eigentlich, außer Apartments in diesem Haus zu vermieten? Verzeihen Sie die Frage, aber ich war Polizist. Das ist völlig okay. Wir lagern unsere Produkte im Keller des Hauses und betreiben nebenbei noch eine Immobilienfirma von hier. Was für Produkte? Kommen Sie. Der Ex-Cop Brad bewacht als Security-Mann ein historisches Gebäude. Hier starten Sie mit dem wichtigsten Teil Ihrer Arbeit. Um Punkt 8 Uhr. Und zwar täglich. Als merkwürdige Dinge geschehen, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln und kommt bald einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Wow. Was ist da versteckt? King Kong? Das ist unsere Lagerhalle. Wir benutzen sie selten. Und Sie müssen nie dort hineingehen. Vor ein paar Jahren wollte jemand dort einbrechen, mitten in der Nacht. Als die Polizei kam, haben sie seinen Kofferraum untersucht und fanden darin die Leichen von zwei acht Jahre alten Mädchen. Zwilling. Atmosphärische Haunted House Horror mit Robert Freddy Krueger England aus A Nightmare on Elm Street. Open the door. Ein Wiederhol Gulf Non-Allem Hochschul Zum 인 motivo